Einordnung und Analyse über Partei und Inhalte gehört natürlich bei Phoenix zur Parteitagsberichterstattung auch in diesem Fall dazu. Und deswegen bin ich froh, dass ich im Studio begrüßen darf Herrn Professor Uwe Juhn, Politikwissenschaftler von der Universität Drier. Herzlichen Dank, Herr Juhn, dass Sie heute auch physisch zu uns hier ins Studio gekommen sind. Wie werden Sie denn, lassen Sie uns ganz kurz, bevor wir auf die Inhalte kommen, auf dieses besondere Format schauen, wie werden Sie denn aus Sicht des Politikwissenschaftlers heute dieses Experiment, diesen ersten digitalen Parteitag beobachten? Was wird das Spannende sein? Das Interessante wird sein, wie die Debattenkultur verläuft, wie finden Online-Debatten statt, wie tauschen die sich aus, was können wir erwarten an habituellen Vorgehen, was ist ungewöhnlich, wie klappt das Ganze technisch auch. Und dann wird man auch sehen, beispielsweise wie die Abstimmungsprozeduren verlaufen. All das sind interessante Fragestellungen, die natürlich auch den Politikwissenschaftler interessieren bei einer solchen digitalen Veranstaltung. Einen reinen Online-Parteitag kann es ja noch nicht geben, aber da das hier ein Länderrat ist, ein sogenannter kleiner Parteitag, der ja keine verbindlichen Entscheidungen für die gesamte Partei trifft, sondern nur als für den Länderrat spricht, da kann man das dann schon als Testballon mal starten lassen. Wir werden die nächsten Stunden beobachten von hier aus, wie das funktionieren kann. Wenn wir auf die Grünen schauen, auf die Situation der Partei in dieser Corona-Krise. In den letzten Wochen waren die Grünen durchaus in einer schwierigen Lage. Oppositionspartei im Bundestag haben alle Gesetze der Bundesregierung, was Rettungspakete etc. anbelangte, mitgetragen. Also wie schaffen es die Grünen als Oppositionspartei im Moment überhaupt sich eine Stimme zu verschaffen, überhaupt Aufmerksamkeit zu verschaffen? Das ist in der Tat ganz, ganz schwierig für die Grünen im Moment. Solche Krisen, wie wir sie derzeit erleben, sind immer die Stunde der Exekutive. Und die gesamte Aufmerksamkeit liegt auf der Exekutive, deren Maßnahmen, deren Politik. Und eine Oppositionspartei geht da unter. Und dann haben die Grünen noch zusätzliche Probleme, dass eben ihre zentralen Themen Umwelt, Klimaschutz im Moment keine zentrale Rolle spielen, sondern soziale, ökonomische, gesundheitspolitische Folgen ganz entscheidend sind. Und die Grünen eben deswegen weder auch große Alternativen vorgeschlagen haben, noch groß Kritik an der Bundesregierung geübt haben, zumindest bis heute. Und das führt eben insgesamt dazu, dass sie in der öffentlichen Berichterstattung kaum stattfinden. Jetzt versuchen Sie heute mit diesem Länderrat Alternative eventuell vorzulegen. Es gibt einen Leitantrag des Bundesvorstandes, der ist grob gesagt in drei große Themenblöcke geteilt. Es gibt einmal Vorschläge für Hilfe für besonders Betroffene. Da ist sowas wie Corona-Elterngeld dabei. Dann schlagen die Grünen aber ein 100 Milliarden Euro Konjunkturprogramm vor und ein langfristiges Investitionsprogramm. Also was meinen Sie, jetzt schon mal drauf geschaut, schaffen es die Grünen, mit diesen Vorschlägen sich abzusetzen von Regierungshandeln, eine Alternative wirklich vorzulegen? Das ist auch in dem Fall schwierig, weil auch die anderen Parteien, die Regierungsparteien, aber auch die anderen Oppositionsparteien natürlich jetzt mit Konjunkturprogrammen arbeiten. Alle wollen nicht, dass die Wirtschaft abstürzt, dass die Gesellschaft als solches in große Schwierigkeiten gerät, dass wir hohe Arbeitslosigkeit bekommen, dass wir große soziale Probleme bekommen. Und da die Einzelheiten dann am Ende klar zu machen, dürfte auch für die Grünen wieder schwerfallen, wo sie sich da konkret genau unterscheiden. Und manche der Details werden dann auch beim Wähler kaum ankommen. Das heißt, die Probleme der Grünen werden durch so einen Länderrat sicherlich nicht wesentlich gemildert werden können. Sehen Sie denn in dem Leitantrag einen Akzent, auf den man schauen kann und vielleicht auch in der Debatte drauf hören? Man sieht in der Tat, dass die Grünen versuchen, zwei Aspekte, nämlich Nachhaltigkeit und Soziales zusammenzubringen. Also sie versuchen eben auch jetzt, was sie schon seit einiger Zeit versuchen, nicht nur in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik mit Nachhaltigkeit zu punkten, sondern eben auch soziale Aspekte stärker in den Vordergrund zu stellen. Und vielleicht gelingt es Ihnen, sich da ein bisschen abzusetzen und vielleicht auch hier den einen oder anderen Schwerpunkt gegenüber dem Wähler deutlich zu markieren. Aber einfach ist das nicht, weil im Moment eben auch die anderen Parteien für sich entdeckt haben, dass sie eben die sozialen Probleme, die aus dieser Krise resultieren können, in ihre Politik mit aufgenommen haben. In der Tat, die Grünen versuchen, das war schon bei dem letzten Bundesparteitag im November letzten Jahres so, da war das Thema Wirtschaft ganz vorne als Thema Gesetz, die versuchen rauszukommen aus dieser Ein-Themen-Partei, sich nur um Klimaschutz zu kümmern, aber irgendwie verfängt das bislang noch nicht so beim Bürger, beim potenziellen grünen Wähler. Exakt, der Wähler beurteilt Parteien häufig nach sogenannten Images, das sind so generalisierte Zuschreibungen und da haben die Grünen hohe Kompetenzwerte eben hauptsächlich in dem Bereich Klimaschutz und Umweltpolitik. Und so ein Image, das ist etwas Langfristiges, das kann man nicht von heute auf morgen verändern, sondern das muss man sehr langfristig aufbauen und das ist dann für die viele Wähler noch ein relativ neues Thema, obwohl die Grünen das schon seit langer Zeit versuchen zu besetzen, aber es fällt ihnen halt schwer, da beim Wähler klare Unterscheidbarkeit herzustellen, auch beim Wähler eben mit eigenen klaren Konzepten aufzufallen und daher kommt das beim Wähler eben nicht so richtig an. Es bleibt dabei Klima und Umwelt, dafür stehen die Grünen, aber bei den anderen Themen wissen viele Wähler nicht, wofür die Grünen genau und konkret stehen und deswegen schaffen sie es da nicht, höhere Kompetenzwerte zu erzielen, jedenfalls deutlich höhere Kompetenzwerte und bleiben weit hinter dem, was sie im Klimaschutz und in Umweltpolitik erreichen. Vielleicht ein bisschen noch in der Verkehrspolitik, gerade was eben Personenverkehr betrifft, aber das ist ein Thema, was im Moment eben auch schwierig zu behandeln ist, angesichts der Situation, die wir vorfinden. Wir werden beobachten, was gleich in der politischen Rede von Annalena Baerbock, sie macht den thematischen Aufschlag vorkommen, natürlich auch dann im ersten Teil der Aussprache zu den Vorschlägen, wie man durch die Corona-Krise kommt. Irene Bobrowski hat angesprochen die Frage der Kanzlerkandidatur. Im Moment profitieren die Grünen davon, dass sie diese Frage so nach hinten geschoben haben, weil das wäre im Moment kein guter Zeitpunkt, wenn man jetzt sich schon festgelegt hätte, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. In der Tat müssen die Grünen alles vermeiden, was nach außen nach irgendeiner Form von Differenz aussieht. Und das war eine ihrer Stärken, weswegen sie in den Umfragen auch so nach oben geschnellt sind, dass man den Eindruck hatte, die Grünen agieren als homogene Partei. Und zwischen Frau Baerbock und Herrn Habe gibt es nach außen hin kaum Disharmonien. Und das sollten die Grünen auch weiter beibehalten. Wollen sie tatsächlich bei Wahlen erfolgreich sein? Und da haben sie schon recht, da hilft es, dass man sich nicht entscheiden muss, ob wir jetzt einen Kanzlerkandidaten, also die Grünen in dem Fall, aufstellen müssen oder nicht. Und insofern können dann beide eventuell wieder als Spitzenkandidaten agieren, wenn die Umfragewerte so bleiben. Auch wenn damit natürlich verbunden wäre, dass man eben keine großen Hoffnungen sich aufs Kanzleramt mehr machen kann. Die Grünen, die haben ja so ein bisschen ein Trauma, was Umfragewerte und dann tatsächlich Wahlerfolge anbelangt, dass man zur Mitte der Legislatur, wie es ja auch jetzt war, ein wahnsinniges Hoch hat im Bund auch und dann kurz vor der Bundestagswahl wieder Abstürzt. Also wir erinnern uns, um das nochmal zu sagen, die Grünen sitzen im Moment im Bundestag als kleinste Oppositionspartei. Und was sich jetzt andeutet, das muss nicht anhalten. Was würden Sie sagen, worauf müssen die Grünen schauen, dass sie jetzt durch diese Krise durchkommen? Ich glaube, die Grünen müssen versuchen und alles daran setzen, eben tatsächlich bei ökonomischen, sozialen Themen auch punkten zu können. Das muss ganz wichtig für sie werden, denn wir werden vermutlich ja den Wahlkampf eher mit ökonomischen und sozialen Themen bestreiten und weniger mit umweltpolitischen Themen. Denn selbst wenn wir wieder in irgendeiner Form von Normalität ankommen, so werden uns die sozialen und ökonomischen Folgen dieser Corona-Krise ja noch langfristig prägen. Und da müssen die Grünen gucken, dass sie eben hier beim Wähler positiv ankommen und entsprechend Konzepte vorlegen, die beim Wähler auch überzeugen. Es wird nicht einfach werden, weil hier eben ein großer Kompetenzvorsprung, insbesondere was wirtschafts- und finanzpolitische Fragen betrifft, der Unionsparteien im Moment noch vorliegt. Aber wir müssen abwarten, inwieweit die Regierungen die Erwartungen nach wie vor erfüllen. Und darin liegt für die Grünen auch eine kleine Chance, dass die Erwartungen an die Regierung relativ hoch sind und die Bundesregierung jetzt eben auch liefern muss, was die Lösung ökonomischer und sozialer Probleme betrifft. In der Tat, die Wirtschaftspolitik wird lange ein Thema bleiben. Das könnte zum Nachteil der Grünen sein, weil, wie Sie sagen, in dem Moment keine hohe Kompetenz dazugerechnet wird. Es könnte vielleicht auch ein Vorteil für die Grünen werden, wenn man sagt, geht das Spiel nach der Krise genauso weiter wie zuvor oder setzt man auf neue Akzente? Setzt man beispielsweise darauf, dass die Wirtschaft mit der Ökologie mehr verknüpft wird? Also könnte da auch eine Chance für die Grünen liegen? Es hängt wesentlich davon ab, wie der Wähler am Ende die Regierungspolitik beurteilt und ob er mit der zufrieden ist. Und da sind, wie gesagt, die Erwartungen relativ hoch. Aber viele werden natürlich auch dann in etwa kurz, Arbeit steht ja bevor, Arbeitslosigkeit steht bevor, mit all auch den ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten, die daraus resultieren. Und wenn dann die Bundesregierung eben nicht die Erwartungen entsprechend erfüllen kann, die Regierungsparteien, dann hat die Opposition eine Chance. Und sie hat natürlich auch bei denjenigen eine Chance, die sich relativ wenig Sorgen machen, die also sagen, die Zukunft für mich persönlich sehe ich eher doch relativ gelassen. Und ich glaube schon, dass bei mir die Zukunft eher ganz gut aussieht. Und das sind natürlich Wähler, die dann eben weniger auf soziale und ökonomische, sondern eben zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltpolitik und all diese Dinge. Klima, das ist ja nicht weg. Das ist ja nach wie vor. Der Klimawandel ist ja immer noch da. Und das bei den Wählern, die übrigens schon eben zu großen Teilen bei den Grünen waren, dass sie die wieder zurückgewinnen oder zumindest halten können.